So, hallo, grüß euch alle. Also ich bin unheimlich gerne in Hoffenburg hier auf dem Markt. Was wir verkaufen, ist eine italienische Spezialität. Von Vorspeise, Salami, Käse, ein bisschen italienischer Obst. Also ein bisschen, was italienisch uns berührt, das bekommen sie bei mir. Ein bisschen Limenöl. Also einfach nur feine Sache. Ich werde sehr gerne geschätzt hier in Hoffenburg. Und ich schätze sehr gerne in Hoffenburg. Ich bin fast nur in Hoffenburg offenbar und bei mir zu Hause in Königsfeld. Das war's dann auch. Dankeschön.